Und da bin ich wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen uns nun zusammen meine Wii und meine Wii U Aufnahmen an. Wii habe ich allerdings nur ein Spiel aufgenommen. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Vielleicht lag es daran, dass ich dann gemerkt habe, dass mit den Aufnahmen irgendwas nicht stimmt und habe dann dort den Faden verloren. Allerdings habe ich noch zwei, drei Spielchen für die Wii U gezeigt. Und man sieht da auch ganz gut, dass wenn Wii U auch funktioniert oder man kann auch ausschließen, wenn die Wii U gut funktioniert, dann wird Wii auch gut funktionieren. Und so ist es auch. Wii läuft auch hervorragend flüssig. Insofern passt das schon. Ihr seht hier jetzt Aufnahmen von der Wii U. Und alles, was ihr hier seht, erfordert auch leider ein paar Handgriffe. Es ist nämlich anders als bei den älteren, also kleineren Systemen wie NES oder Super Nintendo. Also ist es eben bei den Systemen, die etwas aktueller sind, wie beispielsweise eben Wii U oder auch Switch, so, dass man es nicht einfach hat, indem man einfach nur seine Spiele in die entsprechenden Ordner schiebt und das dann alles funktioniert und läuft, sondern dass man schon sich auch mit dem Thema Shader beschäftigen muss. Das heißt, das sind Spieldateien, die während des Spielens erstellt werden, was dann später beim Neustart genutzt wird, dass die Spiele dann flüssiger laufen. Also da werden quasi Grafikshader beim Spielen abgespeichert und später wieder aufgerufen. Und dadurch läuft das dann mit jedem Mal immer flüssiger. Am meisten fällt das dann auch bei so Spielen wie Zelda zum Beispiel, wo man dann doch schon eine deutlich größere Welt hat, als wie zum Beispiel jetzt hier eine Mario Kart Strecke und man dort zum Anfang immer mal wieder den einen oder anderen Ruckler feststellen wird, trotzdem das Spiel rein technisch gesehen flüssig laufen müsste. Und gut, also bei Zelda ist das jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Zelda jetzt nicht unbedingt mit 60 Bildern läuft. Aber du hast dann das Spiel, was du spielst. Du hast meinetwegen ein Spiel, was mit 60 Bildern dann auch flüssig läuft und hast dann zwischendrin immer wieder irgendwelche Nachlader und so. Das liegt dann eben nicht an der Hardware vom Steam Deck, dass das Steam Deck nicht genug powert, sondern einfach an dieser Situation das Shader im Hintergrund gespeichert werden. Das bedeutet also wirklich, dass Wii U und Switch nicht einfach so plug and play funktioniert. Besonders wenn man sich mit dem Thema Emulation noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, wird man gezwungen sein, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum das von Anfang an eben nicht vielleicht optimal läuft, so wie man sich das vorstellt und eben die ein oder andere Stunde im Desktop-Modus von SteamOS sein wird. Was noch dazu kommt, ist, dass man nicht einfach wie zum Beispiel bei der Wii oder bei der N64 die Spiele eben in den entsprechenden Ordner schiebt und dann läuft das. Man stellt dann vielleicht noch die Auflösung ein und so, sondern ein anderer Punkt kommt noch dazu bei der Wii U und bei der Switch, dass Spiele ja auch Updates bekommen. Das ist ja heutzutage normal, dass Spiele geupdatet werden. Und das hat man tatsächlich auch bei so einem Emulator zu tun, wenn man möchte, dass die Spiele ordentlich laufen. Das ist zum Beispiel bei Zelda der Fall, dass du eben als Grundvoraussetzung das aktuelle Update haben musst, da alle Optimierungstutorials, die man so findet auf YouTube, eben darauf beruhen. Das alles bedeutet also leider, dass man sich als Einsteiger oder auch Anfänger mit Sachen beschäftigen muss, gezwungenermaßen so ein bisschen, die eben mit ein bisschen Arbeit verbunden sind. Vermutlich wird auch der ein oder andere jetzt sich denken, na gut, okay, das sind dann vielleicht Systeme, die ich mir auf dem Steam Deck dann spare und dann lieber doch meine Switch raushole und da zocke. Wenn es noch irgendwelche wichtigen Sachen gibt zum Thema Wii oder Wii U, die ich jetzt vergessen habe, was das Thema Emulation angeht, die ich jetzt außen vorgelassen habe, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich bin da kritikfähig und versuche das beim nächsten Mal natürlich dann entsprechend besser zu erklären. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wenn euch das Video gefällt, liked es gerne, abonniert auch gerne meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.